Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Was ist da passiert? Haben wir ja noch nicht gemacht. Ich weiß noch nicht, wie so eine Expedition aussieht, aber es klingt eigentlich ganz spannend. Okay. Oh, mein Joypad vibriert schon. Vielleicht geht es schon gleich los. Oh, es geht schon los. Okay. Also, mal schauen. Ach, das ist ein ganzes... Da hier, das ist ein ganzer Flugzeugträger, wollte ich gerade sagen. So. Expedition. HMS Mercury Expedition. Ich glaube, man kann das noch machen mit dem Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt haben. Das ist ja einsam. Und ich gebe über Funk den Abholpunkt durch. Und vergiss deine Ausrüstung nicht. Viel Glück. Deine Ausrüstung? Achso, kann man das noch machen? Gut, komm. Wir gehen hier runter. Wir können direkt von dem Seilbahn hier fahren. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Bei Materialien kann man garantiert hier noch einsammeln. Also, hier gibt es auch immer genug Sachen zum Einsammeln. An Munitionen soll es nicht hapern. Ach, wir müssen das wahrscheinlich ein bisschen einnehmen. Wir können es mit einer... Ich würde sagen, wir machen das mit einem Bogen vielleicht. Wir können uns häuschen noch mal rein, bevor wir runtergehen. Hier noch was zu finden. Können wir nicht aufmachen? Dieser Zettel. Geht leicht? Komm hier rein? Gut, dann das ist mal runterfliegen. Oder sollen wir von hier oben schießen? Hey, 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 hey. Mal niesen hier. So. Bringt uns jetzt nicht so viel. Lass uns mal runterfliegen. Kann los. Das ist noch ein Seil. Geht auch mit? Ach, nee. Warte. Ich dachte, wir könnten von der Seite... Habe ich nicht gesehen, aber wir können von da drüben rüberfliegen. Gut, gehen wir nochmal hier hoch. Komm, Jerome, ich bin hier runtergehopst, weil ich ein Idiot bin. Ich glaube, du bezeihst mir. So. Da ist die Seilmann, okay. Ich würde sagen, wir gucken von hier schon mal, wie wir so alles entdecken können. So. 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 Wie viele Leute sehen wir es gar nicht. Da sind zwei Wagen auf jeden Fall. Gut. Rufen wir uns mal. Muss ja irgendwie klappen. Okay. Haben wir für Waffen dabei. Auch wenn unsere Wagen auf jeden Fall. Hier nicht bleiben. Oder angelt er fies. Aber wahrscheinlich auch... Wir haben den Vorteilspunkt erreicht durch diesen Bogen. Bei den Autos müssen wir ein bisschen aufpassen. Gehen wir hier rein. Hm. Wir sind alle Autos im Weg gerade. Ich muss warten. Wir sind alle Autos im Weg gerade. Okay. Haben wir die Waffe hier? Okay. Krieg ich auch noch. Siehe weg. Dann viel mehr Gegner sind wir gar nicht, ne? Was denn? Es sind Kräfte am Werk, die wir wohl gesagt haben sind. Gut. Ich glaube, dass ein paar Gegner hier irgendwo sind. Aber, ähm... Ich glaube, in dem Level, wo die jetzt gerade sind, ist es nicht so wild. Ich glaube, da ist es nicht so wild. Ich glaube, dass es nicht so wild ist. Oh. Ich glaube, es ist nicht so wild. Ich glaube, es ist toll. Ich glaube, es ist so wild. Was für ein paar Teufel war das? Letztes ab! Viel mehr Gegner gibt es ja gar nicht. Die Allwaymen werden immer mehr Verstärkung schicken. Also verschwinde keine Zeit. Schnapp dir den Jackpot und dann verschwinde so schnell es geht. Was ist denn Jackpot? Gott wird sich nun richten! Was ist denn das? Alastra, ihr Hörer! Oh, fließt gerade durch die alten Schilde! Juhu, das Paket auf. Muss ja irgendwo sein, ne? Gehen wir mal da runter. Bestimmt hier unten irgendwo. Lasst sie nicht leben! Meine kleine Gnade! Da sieht doch noch ein Paket aus hier. So, nur wieder zurück, ne? Ja, Sissam, Russki. Okay, hör gut zu. Geh zum Strand im Südosten. Das sieht nach einem guten Landeplatz für mich aus. Ja. Na, es kommt hier hoch. Du schießt denn auf mich? Wie hoch. Ich lass dich dein Gesicht brechen! Okay. Jemand hat unsere Beute gestohlen. Geh auf die Jagd! Die Allwaymen schicken ohne Ende Verstärkung. Wie geht's zum Abholpunkt? Wo ist der Abholpunkt? Oh, da ist er hinten. Okay. Okay. Ich hab hier rumgetroffen. Das war nicht so gut. Das sind doch ganz schön viele Gegner bei mir. Ja, hol das Paket zurück und lass die Sau im Dreck verrecken. Und das? Fürchte sehen, der sowohl Seele als auch Leid zu verderben vermag. Komm, komm, muss irgendwo unten sein. Und das ist okay. Da rennen wir hin. Auf den Hubschrauber! Das ist der einzige Ausweg für die Ratte! Ja. Zum Glück! Und das ist der erste Ausweg. Zurück das von Raam. Für die hatte ich die Zeug. Ich bin nur noch so sehr gegründet, aber sie sind da. Dann kommtamos jetzt bis zum Abholpunkt auf. Dann kommt auch noch der Haupt지를ometricen. Kursos, aber es kommt aus. Und das muss noch so. Dann kommt es. Dann kommt es. Dann ist die Sauerkstraße. Dann kommt es. Wir sind schon gelandet. So. Ich komme. Ja. Was haben wir jetzt bekommen dafür? Ist ja auch wichtig zu wissen. Ich zeige ihn wahrscheinlich gleich an. Prosperity. Naja, wir müssen auf jeden Fall noch mal Spezialisten finden und unser Kram hier ausbauen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir ja genug Ethanol jetzt gerade durch die Mission. Wäre natürlich sehr praktisch, kann aber auch sein, dass es gar nicht so ist. Müssen wir mal schauen. Prosperity. Das ist ja bei der Nintendo Switch schöner, wo man keine CDs haben muss für Spiele. Aber trotzdem sind die Ladezeiten auch nicht gerade kurz da, was natürlich am Arbeitsspeicher liegt. Guck mal wie viel Titan 300 haben wir bekommen. Das ist natürlich cool. Da bist du ja. Du bist re-cool. Guck mal. Oh, die Platinen. Guck mal, jetzt können wir nämlich coole Waffen bauen, glaube ich. Pass mal auf. Müssen wir eigentlich Waffen mit der Lila herstellen und zwar, guck mal hier, die brauchen wir natürlich nicht, aber ich würde ganz gerne ein Scharfstützengewehr haben. Sturmgewehr leise. Sturmgewehr leise. Scharfstützengewehr leise. Das wäre doch ziemlich cool. Das stellen wir mal her. Und das setzen wir. Das ist die Frage, wo wir es hinsetzen. Das wäre schon ganz gut, wenn wir es dabei haben. Wir tauschen uns auch mal mit dem Bogen aus. So. Wir können Munition sogar nochmal mitnehmen. So. Das Gute ist, jetzt können wir dieses Ding nochmal erobern, aber in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, wir kriegen noch mehr Sachen. Das machen wir jetzt auch. Bäm. Ich mag dich. Die Ficker haben wir erwischt. Haha. Wo ist die Curve? Okay, zurück auf nochmal. Eins musst du über die Highwaymen wissen. Wenn sie verjagt wurden, kommen sie immer stärker wieder zurück. Ich hab's gesehen. Also, wenn du einen Ort nochmal ausrauben willst, können wir das machen, aber sie werden alles tun, um es uns schwerer zu machen. Oder? Wir gehen zu einem neuen Ort. Check das. Die Highwaymen kontrollieren die einzige Brücke, die im Südwesten noch über die Canyons führt. Sie warten darauf, dass Leute die Brücke überqueren und dann BAM! Es gibt einen Interhalt und sie nehmen ihnen alles ab. In Quebec nennen wir das Verfure. Richtige Kotzbrocken-Scheiße. Haha. Also, willst du den Plan hören? Es gibt keinen Faschissen-Plan, okay? Wir nehmen sie aus, wie sie andere ausnehmen und das war's. Merci, Bonsoir. Also, sag an. Zurück zu dem Kriegsschiff? Oder sollen du, ich und die große Patate zur Navajo-Bridge? Was willst du? Okay, also ich würd sagen, wir machen jetzt erstmal... Wir machen jetzt erstmal, ähm, glaub ich tatsächlich das Ding nochmal. Der Schwierigkeitsgrad 2. Kriegen wir auf jeden Fall mehr Sachen, wie man sieht. Das machen wir einfach mal, oder? Tun wir. Yes. Wir gehen nochmal zurück. Schauen wir uns nochmal an, ob wir das vielleicht nochmal einnehmen können. Wir wissen ja jetzt so ungefähr wie es ist. Wir werden wahrscheinlich ein paar mehr Gegner sein. Ein bisschen schwieriger. Aber wir haben ja leise Waffen. Also, lila Waffen. Da sollten wir schon einiges erreichen können. Gerade mit der Sniper bin ich mal gespannt, wie die ist. Weil lila gegen blau trifft ja. Ist doch ein bisschen wie Steinschere-Papier, ne? Also, lila Waffen hauen natürlich mehr rein. Ähm, auf die blaue als, ähm... Als normale blaue Waffen, die natürlich auch reinhauen, aber... Wo man vielleicht ein, zwei Schüssel mehr braucht. Hm, hm, hm. Boah, nicht so einfach, ne? Man muss schon alles durchdenken. So, was machen wir jetzt auch? Da kommen wir wieder? Ich sehe den Flugzeugträger. Da ist viel mehr los als beim letzten Mal. Goll, lies ich... Ach, die... Ich bring mal die Scheiße hin, mit der er redet. Ich steige einfach aus. Wollen wir... So. Hol die Vorräte und ich gebe über Funk den Abholpunkt durch. Und vergiss deine Ausrüstung nicht. Viel Glück! Die Entzündung Sprengstoffe, auch nicht schlecht. Wollen wir hier schon irgendwelche Gegner? Gibt nicht, ne? Ne. Krähe da draußen. Ah ne, scheiße auf die Krähe. Was bin ich denn da? Achso, das ist mein Sniper da. Echt, gibt's keinen anderen Weg dahin? Scheinlich nicht. Hier längs. Laster. Achso, wir müssen auf jeden Fall durch einen anderen Weg gehen jetzt. Gut, pass mal auf. Hey, ich sehe einen. Ja auch. Da oben noch einer. Da ist auch noch einer. Ne. Dann da oben sind wir ein paar. Da noch einer. Da oben noch einer. Ja. Da ist auch noch einer. Bei dieser verdammte Scharfschützen. Okay. Gucken, ob wir ein paar erledigen können. Hier. Mal gucken, was passiert, wenn wir den Alarm auslösen jetzt. Und da ist noch einer. Sniper, pass bloß auf. Oh. Hier kann er ein paar drin. Nachladen. Keine Ahnung, wo der Sniper jetzt hingelaufen ist. Kann uns aber auch egal sein. Gehen wir hier durch. Wir sehen uns schon. steht hier fest war die hunde auch noch ich muss hier weg Was ist es? Was ist das? das war's ich sag dir wo du ihn musst im nordösten ist ein leuchttuch geh doch den und ich sammle dich ein in der rosten? wo ist er in der rosten? natürlich in die andere Richtung immer in die andere Richtung hat irgendjemand das Paket im Blick? so komm, wir laufen in die Richtung wir suchen so schnell wie ich die Kopf trifft denn 1.46 ein das dauert ja noch ein bisschen pass auf, wir müssen mal hier das Geschütz nehmen glaube ich jetzt zieh ich euch ich seh wen schieß, schieß niemand bestätigt uns und überlebt hier los ich bin verwundet ich bin verwundet jetzt tut es weh ich bin verwundet ich wurde getroffen ich komme her auf den Hubschrauber das ist der einzige Ausweg für die Ratte ich bin getroffen hilf mir mal auf der Köder ich bin rein hier oh wo war das mess oh komm rein geh doch rein da los fliegt ja 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 das ist meine große Patent gute Arbeit und auch von dir Kapitän du rockst dies für dies mein Ami das ging ja nochmal gut auf jeden Fall gibt es ordentlich Kohle glaube ich so beziehungsweise Materialien das natürlich sehr cool ist für uns cool 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 also das gefällt mir das war wirklich es war jetzt nicht mega mega schwer aber es hilft uns nicht ungemein sehr gut wirklich so gut ich bin zufrieden sehr gut sehr gut sehr gut so ich bin gespannt wie das weiter geht lebt man hat man schon schneller hier nervt ein bisschen es hilft mich wirklich mal die ladezeiten hasse ich mal erzählt dass die ladezeiten hasse irgendwann müssen wir noch mal so weit sein dass man gar keine ladezeit mehr hat da sein oder das ist doch schon nervig richtig viele komponenten bekommen wir noch mal an wir können natürlich auch was andere machen hier die navarro bridge wir auch noch mal ordentlich sachen bekommen so wir müssen aber wir kriegen natürlich keine anderen sachen aber wir können jetzt bei der werkstatt autos bauen haupte ich mal was die die wir bauen wollen okay lila kann ich bauen lassen wir noch kurz weg aber es gab auch einen heli lande platz das ist würde da hinten wahrscheinlich wo man nichts anderes machen kann es ist natürlich der lieder eine schwierige grad freigeschaltet was natürlich jetzt noch nicht machen werden aber ich glaube wir haben doch genug materialien um noch mal bei den niederwappen rein zu gucken noch so was ihr habt ja jetzt haben wir ja freie auswahl einer paketenwerfer das mir flammenwerfer ab lande wollen nicht wo haben wir schon genau ausgerüstet und leicht maschinengewehr dann wäre vielleicht maschinengewehr okay eigentlich müssen wir jetzt gar nichts neues bauen ob wir haben die sachen ja oder würde ich sagen das war's für heute versuchen wir nächstes mal noch mal ein bisschen unsere leute zu finden unsere spezialisten aber für heute war es das vielen dank fürs zuschauen bis dahin tschüss so